Ich habe mich ja letztens bei unserer Technik beschwert, dass in dem Video nicht gleich das nächste sinnvolle Video an der richtigen Stelle verlinkt ist. Dann sagt mir der Techniker, das geht gar nicht, weil ihr uns noch nicht abonniert habt. Wir haben erst 800 Abonnenten, wir brauchen 1000 Abonnenten, das wir bei YouTube innerhalb der Videos verlinken können. Also dachte ich mir, ich wende mich an euch und hole eure Unterstützung. Bitte abonniert den YouTube Kanal von der Likamundi, da gibt es immer super Prüfungstipps und ihr verpasst kein Video mehr, wenn ihr uns abonniert, aber noch viel besser. Ich verspreche euch, ich mache euch jeden Tag ein kostenloses zusätzliches Video, ein Monat lang, wenn wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Also klemmt euch jetzt dahinter, abonniert unseren Kanal, dann können wir zum Beispiel den ganzen März jeden Tag euch ein tolles Video dazu schenken. Genau jetzt brauchen wir es ja für die Prüfungsvorbereitung. Ein anderer Vorteil ist natürlich der, dass wir diese tollen Verlinkungen machen können. Das heißt, dass ihr, wenn ihr ein Video schaut, immer gleich genau das richtige Thema, was es noch zusätzlich gibt oder wo es auch noch einen Lerntipp gibt, dass ihr das sofort finden könnt und dass ihr nicht im Wald von den vielen Videos suchen müsst. Also abonniert uns und wir werden natürlich wie immer auch was zurückschenken, weil das Ganze geht ja hin und her. Ich freue mich und viel Spaß mit den vielen Videos.